Hallo Magdeburg, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ist heute das große Pokalspiel. Wir, die Mannschaft, freuen sich richtig drauf, heute Abend Borussia Dortmund hier in der MDCC Arena begrüßen zu dürfen. Wir sind bereit, wir haben uns darauf gut vorbereitet. Ich hoffe ihr auch. Ihr drückt uns die Daumen und lasst uns zusammenstehen als Stadt, als Team, als Region und lasst uns Dortmund das Leben schwer machen.